ich hab sie auch aufgenommen alles also von dahin die beiden wissen wo nur dann lad mal ein b hier und bist du da also an deiner giant strategie flanke da da müssen wir ja noch daran arbeiten das geht ja so nicht ich hab's nur einmal ausprobiert come on einmal ausprobiert das geht ja so nicht das war ja das war ja übel vielleicht schaffe ich dich ja wegzuknallen irgendwie jetzt oh god die karten sind alle scheiße ey ne ich find's nicht ich find's okay was hast du oh god ja ich hab nix besseres okay 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 schmeißt du mir alles eine flanke rein habe ich gestern gelernt dass das irgendwann mal vielleicht funktionieren könnte das hat so eine reudige meter strategie er hat mich gestern wird mich gestern mit dieser strategie dreimal weg geknallt das ist einfach mal ein bisschen was naja aber mein turm geht trotzdem nie doch nicht nee der geht nicht dauernd den kriegst du trotzdem nicht und da was das ist so viel auf einer seite sie hätte ich nicht gedacht dass das klappt ja no so oder konnte mit dem rein so 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 komm schon nein stirbkartoffel stirbkartoffel auf jeden fall stirbkartoffel haut da raus ah jetzt sehe ich was da reingesetzt hast ah ok 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 dann müssen wir das natürlich ein bisschen verändern so 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 um okay so 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 s glück gehabt das war so knapp jaja das war so verdammt knapp und danke übrigens dass du dein reinug selbst zerstörter hast naja tienesoin habe ich gerade gesehen okay okay du machst taktiken die gefallen mir gar nicht du machst taktiken die gefallen mir absolut nichts so das freut mich doch zu verringern oh gott was nehme ich denn jetzt du machst das okay du machst das dieser blöde hacker dieser blöde hacker wenn sie auch toll dass der hacker den schild komplett ignorieren tut ja das ist so übelst dämlich ok hm ah er hat eine redeployment gemacht nein oh mein gott ich hatte noch so viel kohle du hast den schild verschwinden die stein die stein der 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 Puh, was zur Hölle. Du hast auch Rediplier mitgemacht, so wie ich gesehen habe. Ähm, nee, ich hab das Sprungmodul. Naja, ich weiß. Aber das ist ja halt Rediplier. Ja, du hast das über die eine Fähigkeit. Genau, über diese Fähigkeit. Okay. 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 Let's go. Ja, das geht an dich. BG würde ich sagen. Jo. Gas. Ja, ich sollte den Rhino... öfter vielleicht mal einsetzen. Auf eine andere Art und Weise. Die Selbstzerstörung macht schon übelst, aber nicht schlimm. Ja. Die Selbstzerstörung macht schon übel, Aua. So.